Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Morgsmail und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Gameplay. So, triff dich mit Sigurd. So, wir sind immer noch, erstmal gucken auf der Karte. Just one second. Da sind wir doch. Hupala. So, wir haben nämlich diesen Venus, haben wir aus, da haben wir noch ein paar Schätze, die können wir noch schnell mitnehmen. Warte mal, da. Da ist ein Schatz und da hinten ist nochmal einer und hier. Also fangen wir aber erstmal mit dem hier vorne glaube ich an und danach gucken wir mal da. Genau, so. Die Erol. Zack, das war mal ein Sprung, würde ich fast sagen. So, dann gehen wir mal hoch zum Schätzki. Kommt man da einfach hoch? Ja, schon. Aber wie kommt man denn da rein? Wir brauchen irgendwas mit, was wir hier den Eingang... Mit Pfeil und Bogen geht's leider nicht, ne? Ne. Aber auch schon richtig Sprengkraft. Das ist natürlich jetzt blöd. Den können wir nicht nehmen, weil ich sehe aber auch nirgendwo irgendwas, was wir mit hier hochnehmen können. Das heißt, es muss doch irgendwo ein Fass geben. Aber nicht hier. So, okay. Wenn es kein Fass hier gibt, dann gucken wir mal gerade. Dann hätten wir noch diesen Schatz hier. Genau, machen wir den hier vorne. Ja, das ist der. Wir gucken nämlich gerade in die Richtung. Den Schatz. Läuft hier keiner vorbei ohne meine Erlaubnis hier, würde ich fast sagen, ne? So, wo ist denn der Schatz? Hier, da. Eine Räuberhüte oder was? Wie der Herr? Ja, 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 ja. Diesen Wachen entgeht nichts. Hm. Ich muss auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Hier sind schon Leute oder was? So, lass mich mal gucken. Gibt es da vorne was? Nee. Dann eventuell hierhin. Da auf der anderen Seite habe ich auch nichts gesehen. Gleich hinten. Ah. Es gibt nur hier. Ah, da kommt der nicht hoch. Dann kletter mal hier hoch. Ah, da könnten wir auch Sprengstopp vielleicht für die andere, für den anderen Schatz finden. So, warte mal. Jetzt kletter mal da hoch. Na? Das schaffst du doch. Der will da nicht hoch. muss irgendwo eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Also, außer von den Bäumen jetzt hier. Der kommt noch nicht mal um die Ecke. Edward. Wo ist er denn? Ach, da. Ja, ja. Oh, probieren wir es mal von hier. Da sind Wachen. Bis jetzt haben sie noch nichts gemerkt. Aber so einen Eingang richtig gibt es hier nicht, ne? Das sind so noch die Schätze, die ich noch nicht alle habe. Ne. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich jetzt da reinkommen soll. Warte mal. Es gibt hier einen unterirdischen Eingang. Können wir mal den probieren. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Wir können ihn besiegen. Was hat er denn für Level? Da ist er doch, da. Das ist aber ganz schön stark. Ah. Ich bin mir da nicht so sicher. ein ding der unmöglichkeit okay der ist leider nicht besiegbar okay 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 verstanden und den schatz können wir nicht bergen entweder ich weiß nicht ob man den so bergen kann kann man den so bergen möglich oder wir gehen einfach jetzt hier also hier auf dem dach war erstmal nichts dahinten ist einer der ist viel zu stark um den zu besiegen mal gespannt was er da oben macht der typ hält wahrscheinlich wache so dann gehen wir mal hoch so eine sache wie kommt man jetzt bei denen da hoch jetzt hier so da ist er doch den machen wir unauffällig fertig sind sie runter gesprungen wo bist du denn ach da der ist aber stark aber den haben wir nicht so okay ach die maske hier einsammeln römische artefakte halten super so wir haben jetzt hier was für den dings aber ich wüsste jetzt nicht nicht die tragen soll runter wir können mal probieren das ins wasser zu schmalen ich glaube die geht dem wasser kaputt runter können wir nicht damit das wäre nämlich die einzige option die wir hätten um an den einen schatz heranzukommen warte mal nein das hat leider nicht gereicht leider nicht ne also ist das auch mit diesem einem schatz da wenn ich das recht sehe ziemlich eng der war in dem gebäude der war auch da drin und der ist auch eventuell können wir den aber das mag ich zu bezweifeln das war ein langer stürzter ja ein pfeil und sonst nix okay gut ja komm Wolfi das muss irgendwo hier im wasser sein das äh der eingang weiter darüber scheinlich führt er uns dann hier durch und dann warte mal genau an der brücke ist das an der brücke an der brücke ja an der brücke ist das hier ist es doch hier ist einer so vermerk eines schatzsuchers ich gebe meine suche auf hier gibt es keinen schatz zu finden ich habe sicherlich jeden winkel dieser höhle abgesucht jemand muss den schatz vor langer zeit weggeschafft haben da bin ich mir ganz sicher vielleicht kehre ich eines tages zurück und sehe natürlich nüchtern noch einmal genauer nach doch ich bezweifle dass ein unterschied dass es ein unterschied macht ok ok der schatz ist genau vor dir einsammeln hier schatzkarte eingesammelt schatzkarte eingesammelt schatzkarte eingesammelt so da war ein bisschen was aber wir haben eine schatzkarte gefunden jetzt ist die frage nur die haben auch früher sich so viel mühe gegeben so gräber zu bauen das ist echt wahnsinn da kommen wir aber auch nicht durch siehst du okay dann hat sich die suche jetzt hier nach diesem schatz erst mal erledigt weil wenn ich das richtig will sie wenn ich das richtig sehe wir können doch mal den hier probieren weil an den kommen wir nicht dran dafür glaube ich müssen wir erstmal den töten und hier brauchen wir halt gut du hast eine dusche nötig gehen wir da weiter so jetzt gehen wir mal weiter ja und dann gehen wir mal hier hoch da hier ist es auch wieder das ist auch wieder unten begraben was siehst du da ist der eingang da ja da kommen wir nicht rein weil wir keine dings haben ne warte mal wenn wir hier es gibt aber keinen eingang hier ich sehe nichts seht ihr was ne liebe leute da ist überhaupt nichts wie soll man denn da hinten ist eine schatzkiste oder was ist das denn ja aber das ist ja nicht wir müssen ja irgendwie da reinkommen ne ist der schlüssel vielleicht hier nein nein das ist nur Pfeil und Bogen wahrscheinlich hat der der Dings hat den Schlüssel dieser Ritter da und den müssen wir erstmal töten aber das ja 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 jetzt will der Joycebett nicht mehr was ist denn jetzt los ja jetzt jetzt war das Joycebett kurz weg so ok heute will er nicht so unbedingt klettern ne ist nicht so klettern sein Ding hier in diesem Gebiet so jetzt so da rein genau so ziemlich dunkel brauchen wir so ne Fackel menschliche Knochen oder was ne gemüse hier bisschen gold hier geht es runter das ist ja eine richtige ah ne dass die Römer alles hier hingebaut haben du hier Fackel da so warte mal da gibt es noch einen Eingang haben wir erstmal Licht so ach es wird langsam hier Tom Rider like du was ist denn jetzt los hä hier kommt man gar nicht weiter oder sehe ich das verkehrt jetzt ach doch du musst ja hier rüber klettern du Idiot ha so nehmen wir mal die hier tragen dann bist du lieber weiter weg sehr gut sehr gut sehr gut hop 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 ja was ist das für eine heilige Schrift hier so Buch des Wissens aufnehmen sehr gut neue Fähigkeit neue Fähigkeit Haken sperr äh aufspießen wir haben neue Fähigkeiten erhalten sehr gut sind zwei Fähigkeitspunkte äh warte mal äh warte mal wieder loslassen da haben wir noch mal ein paar Pfeile sehr gut aber erstmal kein Gift dran bekommen doch das wäre es ja noch gewesen so ok hat sich ja alles erledigt bleibt leider nur noch die Rüstung hier die Rüstung können wir aber nicht holen und den den guten Schatz weil wir hier ich weiß ja nicht ob man mit den Pfeilen ich glaube nicht ich sehe leider keine Dings hier ich kann einmal rumlaufen das ist aber alles zu hier ja die Fähigkeit besitze ich leider noch nicht um wenn du dich deine Explosion zum Entschutz bringen wenn du auf Ölkrüge schießt die in der Nähe aber es gibt ja keine Ölkrüge in der Nähe sonst hätte ich das ja gemacht vielleicht von unten vielleicht von unten guck mal ne ach da ist so ne ne leider nicht nein naja gut so ist es halt hm dann gehen wir mal in die Richtung jetzt damit wir den Sigurd treffen aber das machen wir in der nächsten Folge liebe Leute erstmal danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge